Und hiermit wieder herzlich willkommen zurück bei einer neuen Folge von The Witcher Wild Hearts 3. Blöde Anmoderation, ein bisschen verplappert, aber egal. Egal, egal, egal. Es geht weiter. Wir nehmen höchstwahrscheinlich kurz die Schnellreise, weil ich hab keine Ahnung, wo wir sind und wo wir hin müssen. Ah, okay, wir müssen hier hin. Rein theoretisch. Ist es hier am schnellsten oder täuscht das? Ja, wir gehen einfach hier hin. Egal, oder? Schau mal einfach mal, was uns hier erwartet. Batsch. So, in diese Richtung ist man. Hier war aber auch, glaube ich, ich weiß nicht, was das Goldene war, vielleicht ein Anschlagbrett oder so. Muss ich das jetzt immer aufheben oder was? Ich will einen Loot-Button. Na, komm, das kleine Stück, das lauft mir. Schwein. 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 Hahaha, wie geil. Wieso? Du bist Hexer, kannst Feuer spucken und kommst da nicht drüber oder was? Ist das dein Ernst? Okay. Okay. Wie du willst. Wie du willst. So. Wir müssen jetzt dort ziemlich in die Mitte. Okay, ich schau mal. Magische Falle. Schutzschild. Feuer schauen, Gedankenbeeinflussung. Die Druckwelle ist ziemlich cool, aber ich nehme mal das hier. Was? Was willst du, na? Oh. Oh. Sie wollen mir ans Leder. Sie wollen mir ans Leder. Sie wollen mir ans Leder. Nein, sie wollen mir ans Leder. Sie wollen mir ans Leder. Ich kann es gegen den 14er nicht aufnehmen, ne? Wie weit läufst du mir jetzt nach? Alter, der läuft. Das gäbe es keinen Morgen. Was machst du da für einen Marathon hinter mir? Du hast ein Glück. Alter, der kommt hier nach. Wie siehst du denn an? Bring ihn um. Bring ihn um. Ah, wir schaffen ihn nicht. Wir schaffen ihn nicht. Wir schaffen ihn nicht. Ah. Stirb doch. Blöde Wache. Komm. Ah, hat er gerade automatisch die Waffe gewechselt? Oh. Alter. Das ist... Fick dich doch. Mann, er ist so lehm. Ey, ich will nicht. Flüchtet doch. Ah, wir müssen weglaufen wie ein Mädchen. Hilfe, Hilfe, ein Vergewaltiger. Ah, jetzt sprintet er. Okay, der will auch sich jetzt eine Scheibe von uns, oder? Nee, das gibt's doch nicht, oder? Habe ich jetzt meine Ruhe? Na, komm, Alter. Ma, komm, Alter. Das kann's doch nicht sein. Das kannst doch... Jetzt, jetzt... Rechts sind auch noch ein paar Dinger. Komm, komm. Hunde. Ah. Ah, du wartest da, oder was? Was willst denn du jetzt? Du bist so weit weg von zu Hause. Hm. Alter, jetzt sind sie schon zu zweit. Da ist der Bogenschützer auch irgendwo. Mei, ihr seid ja wirklich... Penner. Alter, ihr seid ja wirklich Penner. Jetzt springt ihr auch sicher gleich runter, oder? Hilfe, Hilfe. Das war ja klar. Der kann weit schießen mit seinem Bogen. Der rennt immer nach, kannst du nicht irgendwie stecken bleiben. Ich glaube, wir haben's geschafft. Ich glaube, wir haben's geschafft. Das war ja. das war ja wirklich eine Rennerei und eine Hetzerei. Mal spring doch drüber. Ja, das springen hier, das klappt so teilweise gar nicht, ne? Wollt's nur mal sagen. Und erwähnen, aber an sich ein sehr schönes und stimmiges Spiel. Wenn ich mal meine Ruhe hab, hier. So, muss ich jetzt ins Wasser, oder was? Okay, gedrückt halten, um zu tauchen. Ja, 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 zu wenig. Zu wenig Sauerstoff. So, nach oben, nach oben, nach oben, nach oben, nach oben, sonst ertrinken wir. Ich habe getan, was ich konnte. Ich sollte mit Wesemir reden. Ja, nur fangen wir, glaube ich, jetzt an zu stinken. Kann das sein? Kann das sein, frage ich mich. Leute, 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 was habe ich mir hier nur für ein Let's Play angetan? Hier ist eine kleine Nebenquest, glaube ich. Quatsch. Der tut sich bei jedem Scheißdrick weh. Alte Frau. Komm. Schlüssel verloren, meine Liebe. Nein, nicht den Schlüssel. Meine Pfanne. Die Hütte steht leer. Stand sie jedenfalls bis zum Abend vor der Schlacht. Dann lief ein Mann da rein, der tat, als gehöre ihm alles. Stand später an meinem Fenster und lugte hinein. muss mich gesehen haben, denn als nächstes kam er direkt auf mich zu. Da schnappte ich meine Pfanne zum Schutz. Aber er sagte nur höflich, meine Liebe, hättest du wohl etwas Birkenrinde oder Blaubeeren, vielleicht auch ein paar Kohlen? Ich sagte, nein. Und du bist ja verrückt, dass du die Leute nachts um solchen Schnickschnack bittest. Aber ich sah, dass er gar nicht zuhörte. Er starrte auf die Pfanne wie eine Elster auf den Kopper. Leih sie mir, Mütterchen. Ich geb sie dir morgen wieder. Da hab ich gestorben. Was will er denn nachts braten? Aber ich hab ein gutes Herz. Da hab ich sie ihm gegeben. Loll! Faszinierende Geschichte. Kommst du bald zum Ende? Vor Tagesanbruch kam noch ein anderer angeritten. Aber morgens brach nur der erste Mann auf, verschloss die Tür, sprang auf sein Pferd und ich habe weder ihn noch meine Pfanne wiedergesehen. Sie war alt und verrußt und nicht viel wert, schätze ich. Aber eine andere habe ich nicht. Willst du mir nicht helfen, Jungchen? Einer alten Witwe die Pfanne zurückbringen? Ich kriege diese Tür nicht aufgebrochen. Und ich habe auch Angst. Es stinkt so schlimm. Ich glaube, der andere Kerl, der liegt da noch drin. Ja, komm. Mein erster Pfannenauftrag. Gut, ich geh mal rein und seh mich um. Du solltest lieber hier warten. Nur für den Fall. Alter! Pfanne! Objekte zerstören. Ich will es zerstören hier. Batsch! Bam, bam, bam. Wie mache ich das kaputt hier? Ah, ich verstehe schon. So, ich blinder mal hier alles. Das ist ja ein leichter Auftrag, ne? Jägerhose. Noch irgendwo was? Nö, ne? Wo ist die Pfanne? Eine Leiche. Das erklärt den Gestank. Alter! Eine Leiche? Hat er wen gebraten? Und wenn ich mit mir selbst rede, heißt es, ich wäre übergeschnappt. Was ist mit dir? So, Alko-Test. Wir nehmen hier alles mit. Und, achat, stemp, schluss. So. Was haben wir hier noch alles? Die Bratpfanne. Dokumente. Fast komplett verbrannt. Ein paar Fetzen sind noch leserlich. Hast du die Pfanne gefunden, ja? Ah, die unbezahlte Bratpfanne. Hm, sauber geschrubbt. Der geheimnisvolle Mann hat wohl weniger die Pfanne gebraucht, als vielmehr den Ruß. Zum Tinte machen und Briefe schreiben. Hast du die Pfanne gefunden, ja? Ich will das da oben, irgendwie. Okay. Ja, ich hab's gefunden, Oma. Ich hab's gefunden, Oma. Ich geb dir gleich deine Pfanne. Er ist gestorben, aber, ja. Hm? Da hast du deine Pfanne. Hier, deine Bratpfanne. Meine? Aber die war völlig verrust. In dieser hier könnte ich mich spiegeln, wenn ich wollte. Aber die Zeiten sind lang vorbei. Ja, das willst du nicht. Der Mann hat den Ruß gebraucht. Er hat ihn abgeschabt, um Tinte daraus zu machen. Musste wohl dringend einen Brief schreiben. Und hat Islands ein paar andere Dokumente verbrannt. Und, und der andere Mann? Er ist tot. Ruf ein paar Jungs und begrabt ihn beim Dorf. Aber tief, damit die Leichenfresser ihn auch nicht ausgraben. Ich rate euch gut. Sagt den Schwarzen nichts von der Sache. Warte mal. Du hast dir ein Zeichen meiner Dankbarkeit verdient. Hier, Söhnchen. Für die Reise. Kondome. Ich brate mir einen Weißfisch. Hat sie mir gerade Wolfsleber und so gegeben? What the fuck? Ne, einen Bratapfel hat sie mir gegeben. Brot. Apfelsaft. Loll. Komm, ich hole jetzt mal ein Pferd. Komm, Fotzer. Und auf geht's, wie der Wind. Ah, hier wäre auch eine Quest. Na, ist ja wurscht jetzt. Wir konzentrieren uns jetzt. Hier wäre auch eine Quest. Ich weiß nicht, kann man hier einfach die Quests annehmen und macht's halt irgendwann einmal, oder? Ich habe einen Vertrag für den Gleifern genaut. Es gibt gute und schlechte Neuigkeiten. Die Gute zuerst. Der Hauptmann der Nilfgardischen Garnison weiß, wo Yennefer hin ist. Die Schlechte. Wir müssen den Greif für ihn töten. Was sollte er sonst von zwei Hexern verlangen? Weiter. Sag mir, was du weißt. Der Greif hat sein Lager verlassen. Wir müssen einen Köder auslegen und eine Falle stellen. Und? Wie geht's voran damit? Oh, ich habe ein paar Informationen. Kreuzdorn haben wir schon. Das sollte klappen wie am Schnürchen. Intensives Aroma. Gestreck wohl eher. Du Stadtjunge. Verwesung. Dung. Pisse. Es sind übliche Gerüche auf dem Land. Weißt du noch? Die Jagd auf den Zeugel in dieser Müllhalde in Dreiberg. Du hast den halben nächsten Tag gebadet und dich geschobt. Wie könnte ich das vergessen? Wirst du je aufhören, es zu erwähnen? Hahaha, wir haben auch noch ein paar Informationen. Er ist ein Männchen und hatte ein Nest im Fuchswald. Die Nilfgaarder haben das Nest niedergebrannt, sein Weibchen getötet und die Eier zerstört. Und geglaubt, das Problem wäre gelöst. Hm, immer das Gleiche. Statt einen Experten zu holen, versuchen die Leute es selbst. Und machen alles noch schlimmer. Schön. Wenn alles soweit ist, sag Bescheid. Dann legen wir los. Oh ja. Die legen los. Warten bringt nichts. Suchen wir einen guten Ort für einen Hinterhalt. Ich weiß schon einen. Die andere Flussseite. Da sind Felder und ein Wäldchen. Viel Platz und weit genug weg, dass uns niemand in die Quere kommt. Gut. Wir treffen uns dort. Perfekt, würde ich sagen. Perfekt. Tränke herstellen. Okay, indem du den Trank Donner herstellst. Alchemie. Ja, 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 ja. Was ist jetzt? Wo steht Donner? Ah, hier. Okay, ich hab's jetzt im Inventar. Ah. Ja, 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 ja. War die besser eigentlich? Zwei Rüstung hat die. Okay. 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 So, hier muss ich... Das ist irgendwie unübersichtlich, das Ganze. So, hier haben wir Donner, glaube ich, oder? Ne, Apfelsaft ist das. Ist das Donner? Ah, das ist Donner. Konsumgüter. Okay. Also, nach oben drücken ist jetzt der Trank quasi und nach unten drücken ist das Essen. Okay, nicht, dass ich mich irgendwie unabsichtlich, äh, verdrücken werde. Laufplätze. Und wir stellen... Laufplätze. Und wir stellen uns jetzt... Äh, den Enten. Ne, den Enten nicht. Aber den Greifen. Den geht's jetzt. An die Leber. Greifen, Leber. Bin gespannt, ob wir es schaffen oder ob wir nicht irgendwie unterlevelt sind. Oh, hier ist er ja schon. Oh, etwas Essen. Oh, ich bin gespannt. Glaubt, schaffen wir ihn? Glaubt ihr, wir schaffen es? Ich glaube, das werdet ihr sehen in der nächsten Folge. Hat mich gefreut, dass ihr zugesehen habt. Euer Momentum, Mari. Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao.